Weiße, glaub du, du wärst schwarz. Ach guck mal, da weiße. Ich kämmen gegen Vieieck, Vieieck, Vieieck. Ich bin nicht mehr da weiße, nein, ich bin original. Oh, nice. Nicee, weiße. Ich will Hupen haben. Also... Ach, Hupen. Nee, hab dich falsch angehört. Dass ich Hupen haben will. Ach so, hast du doch schon ehrlich. Ja, ja, hab ich ihn noch. Ja, dicke Menschen haben noch Hupen. Ja, ja, ja. Wow. Stell ich mir schon scheiße vor, Alter. Was? Wenn du Hupen haben. Ach so, warum? Dir wird's unpraktisch und schwer. Ja, du nicht, oder was? Ja, ey, kann mein Gewicht... Das ist sogar schwer. Wenn ich denn welche Hupen habe, dann darf ich ja keine flachen haben. Weil da passt ja nichts in meinen Körper. Also brauche ich auch so mega die Hängedinger. Die Säcke einfach. Wie so Gewicht da an so den Tüten. Alter, ich treffe einfach jeden. Ich hasse es, am Tor zu kämpfen. Fight! Ah, nein! Du musst ihn jetzt outclaynen! Ach. Ich dachte, er schießt ihn so zur Seite und dann hinweg, aber... Mein Hellseher-Taku-Helm-Kopf. Nein! Wo fährst du denn immer hin? Ich hab den Boost hier voll gemisst, Alter. Der wäre ein Mist, einfach nie wieder hinfahren. Ich kann grad zwei Paranen dadurch bekommen. Ich hab' deine Punkte. Ich hab' dir deine Punkte. Farm' Wawama. Ach, scheisse, warum ist er nicht zum Boost hier vorhanden? Typisch Gold, Leute. ich komme Nein, ich dachte, du berührst den noch mal ein bisschen so. Ich hab mega geboostet. Jetzt hab ich nischt mehr. Ich dachte wirklich, weil du gesagt hast, so, der gut und so. Ich dachte, dass du den machst. Nächstes Mal muss ich halt anscheinend sagen, dass du ihn noch mal berühren musst. Das sieht man doch. Ich dachte, ich verkackte den dann wieder. Mach den mal gegen die Wand zu. Oh, das war mega Rotze. Den hättest du auch nicht erwähnen müssen. Okay, ja, okay, du. Oh, der geht drüber rein. Nice, 1-0. Eigentlich muss man sich ja mal angucken. Die Gegner machen halt auch immer. Ich hasse Welle, die so nach oben gehen. Ne, den finde ich nicht schlimm. Deswegen. Nach links. Nein. Genau gegen fast. Das habe ich sogar. Genau gesehen. Genau gesehen. Oh. Oh oh. Ich bin gegen Kerntefläger. Habe den Ball getroffen. Oh. Oh shit. Da war ja die Wand. Oh. 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 Lock da den. Mach den mal so. Block Monster. Monster. Oh. 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 Oh, ... Danke. 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 Danke danke. Danke 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 Danke. Ohh. Oh, Alter, die Busse. Nein, ich muss hier ausrichten, dann darf er nicht. Synchron, synchron boosten. Da hast du mitgefahren, der ist gut gewillt. Da muss man nämlich. Okay, der geht rein. Oh nein, nein, nein. Kann ich nur stehen bleiben. Leicht berühren? Okay, aber nicht so. Ich hab ihn echt berührt. Ich bin weggedrückt. Der ist nicht mehr. Er macht mir eine Vorlage. Er geht nicht rein. Er berührt den jetzt. Und dann... Mach ich den nicht rein. Er macht ihn selbst rein. Ghost hat sogar gesagt, dass wir bald mal wieder Dungeon Defender zocken könnten, alter. Ghost. Oh, aber will ich das? Ja, ich glaube schon. Was? Ne, ich glaube nicht. Defender Staffel 2. Ich glaube, ich spiele erst wieder, wenn ich alles hab. Wie, alles hab? Oh. 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 Wie, der Drücker. Na, alle, wirklich alle DLCs. Und erst dann spielt das. Das sind nur alle zwei Tage im Angebot. Ey, das stimmt sogar irgendwie. Wie, die Borderlands-Sachen. Stimmt, Borderlands würde auch zocken mit uns dreien und so. Weil wir haben jetzt alle diese Tiny Tina Dingens. Ja, aber wir wollen jetzt zwei spielen. Ich meine nur, falls du mal Bock hast. Der Ghost brauchst nicht fragen, ob er Bock hat. Was? Der Meister gibt Dobby eine Chance. Und dann nehm ich's ab. Ah, mein Arsch hat nicht erreicht. Ah, ich muss noch mehr zunehmen. Kim Kardashian-Ass. Ass. Also, er heißt ja. Ich würde irgendwie Ash so. Nice Ash. Nice Bass-Button. Haha, wie Bass-Button. Wollen wir noch ein Tor schaffen? Nein. Warte, Spiegel da sind. Vier-Eck. Wow. Ich hab Reifen bekommen. Falco, unklackiert. Man kann Reifen bekommen. Man kann Reifen bekommen. Ich hab Reifen bekommen. Ja, entscheidend. Das ist einfach ein lackierter Reifen. Du, beschwere dich mal nochmal, dass du nicht kriegst, du Arsch. Ey, das war mein erstes Item. Einfach angucken, warte. Die sehen aber mega scheiße aus. Aber sie sind lackiert. Also, noch ein Item, was ich nicht verlieben werde. Das ist ganz schön. Das ist ganz schön. Lackert. Lackierte Reifen zu kriegen. Das ist immer eine Anfrage. Ich will sie einfach mal zeigen. Die Lack-Luke. Das ist keine Anfrage. Ich kann dir keine schicken. Ja, warte. Ich muss doch über mich selbst lachen. Weil ich so unglücklich witzig bin. Ach, die sehen mega scheiße aus. Die sehen doch cool aus. Und der hat sich grad ganz langsam aufgebaut bei mir. Hast du zufällig noch ein Item über einen ungewöhnlichen Dachaufsatz? Ja, aber der ist auch lackiert. Schade. Ah, geht er nicht. Atenna... Also, ey, ungewöhnlich egal was. Nicht nur Dachaufsatz. Weil er denn gerade... Das klingt ziemlich angestrengt. Das war halbes Kotzen. Achso. Ich dachte, wenn du... Ah ne, das ist komplett aus dem Kontext jetzt genommen. Wenn du pupst, musst du kacken. Ah, nein, 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 nein. Und da oben raus. Irgendwo der passiert. Internet geöffnet. Lass mich verarschen. Jetzt ist ein Video angegangen. Hä, warum? Warum geht einfach ein Video an? Was für ein Video? Ein Montagevideo von Rocket League Sind wir im Spiel? Ja ja Das war ein bisschen komisch Jetzt habe ich eine Flasche vor meinem Bildschirm stehen Ich will still die Musik Neeee Das lasse ich aber im Video Die scheiße sind mega laut Ja Oh nice Oh nice Es ist afk sind wenn wir alles snacken Ah ja jetzt geht von lieber drinnen Halt ich habe irgendwie so schnell gedrückt Ich wollte eigentlich zurück in die Farbe ändern Ich habe anscheinend irgendwas mit dem Controller gedrückt Das irgendwie Internet öffnet Internet klopft so auf dem Controller Oh dafür Oh der Löffel Der Löffel Der Löffel Sie sind stets für dich bereit Oh Shit Ich hab mir immer noch ein bisschen Ja Ich weiß eigentlich stände es jetzt 1 1 eigentlich schon der quetscher dabei nicht nicht ohne nase doch bewusst meine nase juckt fass hinein und bewege deinen finger das war das schlechteste in meinem ganzen leben was ich getan habe das war das Free Goal Forever oh scheiße oh nein Dieter Goern DJ Goern wenn ein Ghost irgendwann mal Musik macht der äh, Nightcore das musst du selbst singen denn hörst du echt noch Nightcore Ghost? schreib es in die Kommentare Ghost wenn es dir gefallen hat gib doch einen Daumen nach oben ich bin ja echt einer der das nicht macht weil mir jetzt selber auf die Eier geht ich selbst Volli, das find ich echt schade naja wer von Youtube lebt sag ich mal ist ja wichtig aber manchmal geht man damit Leuten auf den Sack aber nicht so wie den Eben den ich runtergemacht hab der Werbung oder mein scheiß Video geschrieben hat Alter den hab ich runtergemacht aber richtig hat der mir bis heute nicht zurückgeschrieben na Ghost auch nicht wuuu hatt ich mir erstmal meine Meinung dazu gesagt und dann so halt weiter so auf seinen Kanal trotzdem so mal gucken was der so macht und so äh und dann gleich die erste die ersten drei Zeilen die du in den Kommentaren liest äh nicht in den Kommentaren in der Beschreibung siehst rate mal hallo ich bin zwölf ne so gesehen ein giveaway was steht denn als erstes was steht denn als erstes denn da na abonnent also abonniert mich oder nicht ja ja abonnieren kommentatieren äh kommentieren und liken 100% Pflicht um mitzumachen und dann geht er bestimmt Frechschnauze aus im Kinevent das war immer so ich würde halt machen oh schreibt einen Kommentar random Kommentarsuchmaschine da und fertig der Event das war's das bringt einen da zu liken und äh zu abonnieren weil äh die können höchstens abonnieren aber das muss man ja nicht sagen ich meine nur um auf den Laufenden zu bleiben halt wenn sie halt sehen dass die halt die Übernahme oder nicht das ist einzig also was man abonniert den und liked es und schreibt einen Kommentar man gewinnt man kriegt den Gewinn äh man wünscht den Kommentar äh disliked und abonniert den äh äh der abonniert äh äh denken die wirklich ich meine nur denken die wirklich dass sie dadurch dauerhaft Abonnenten kriegen ja genau das habe ich so habe ich das auch geschrieben dass sie sich danach gleich verpissen äh und das ist bei mir nicht Seed so ein Scheiß ja ich hab das ja auch beigemacht ja also nur so angeschrieben mhm meine ganz alten da hab ich ja auch so wissen wie viele Abonnenten gemacht aber hat mir das was gebracht nein ich habe wissen die 100 Abonnenten dazu bekommen dadurch ja durch wissen nicht äh ne Woche anschreiben einfach so bla 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 aber es hat mir null gebracht nur dass die Zahl höher ging ah die Zahl selber bringt dir einen Scheiß stimmt also ja ok ja ich hab ich hab ich hab ja jetzt 667 nicht mehr 666 nicht mehr 666 dann soll ich mal wieder erinnern die Abonnenten hier oh mein Gott ich hab ein Abonnenten dazu bekommen oh 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 ich hab ein Abonnenten dazu bekommen ich hab ja 666 ich weiß also äh ach so ich hab ja 666 und so und ich kriege auf Rocket League 10 Views durchschnittlich und das sind ha nicht mal 1% doch nicht ne 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 ja es ist 1% ne auch nicht das waren ja 6 Views das stimmt ja 1 plus prozent nein auch nicht ich kann kein was ist 1% es ist nicht viel zu viel zu viel für dich anscheinend also trotzdem von der Anzahl von der Anzahl die guckt ist das ein Scheiß was aktuell kommt also da kriegt ja wir wissen die Kirby jeden Tag 20 Views